Musik Äh... Okay, wir reden mit Edsley, Punkt ohne Wiederkehr. Nachdem sie mit Etzli gesprochen haben, ist die Schnellreise deaktiviert, bis sie das Spiel abgeschlossen haben. Das heißt, danach können wir aber noch ein bisschen, äh, oder? Machen wir das jetzt erst, oder machen wir erst noch ein bisschen? Ach komm, wir gucken mal, wie es in der Story weitergeht. Wir können ja danach noch ein paar Gräber und so machen, würde ich sagen. Äh, Kukulkan zu stellen. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, Etzli. Es gibt verschiedene Optionen. Utsu? Kukulkans Armee folgt dem Sackbe zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, könnten wir sie am besten abfangen, aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein, sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Ich als Scharfschützin. Stell die Truppen auf. Super. Wir gehen. Etzli hat gesprochen. Klein Borsti ist jetzt Chef. Uh. Lala. Na gut. Okay, kriegen wir hin, oder? Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Lara? Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Was ist das? Etzli, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonnwinstanz nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schaden. Danke. Pass auf dich auf, Job. Ja, bitte. Oh, kleiner Vogel. So, ein mondförmiges Amulett haben wir bekommen. Und jetzt müssen wir uns hier irgendwo reinschleichen. Gut sagen, hier, oder? Also, los geht's. Ja, fängt ja schon gut an hier. Einmal tief durchatmen, bitte. Ja, super. Wie stellt's dir alles ein? Alter. Ich könnte mal wieder ein bisschen Luft gebrauchen. Da sieht's doch gut aus. Yep. Ähm, was? Alter Schwede. Was geht denn hier für ein Film? Boah, eine. Das war jetzt eine Mischung aus Ein-Glück und Meine-Fresse. Eine. Oh, da liegt gleich ein... Ne. Ne, das ist ein Stein. Ich will gerade sagen, da liegt eine Kiste. Alter. Was ist denn hier los? Jonah, ich hab's geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay. Siehst du den roten Rauch? Ja. Zur Purpurfeuer gelangt. Umuatu hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Okay. Aber weil ich... Alter, hier sind doch schon wieder diese Viecher. Ja, da sind schon wieder die Viecher. Ja, ganz geil. Falsch fest. Aber ich wechsle mal ganz kurz auf die Schrotflinte. Weil wenn ich jetzt auch noch gegen die Viecher kämpfen muss... Ähm... Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, okay. Das war ein bisschen spät gedrückt. Alles klar. Ihr habt ja wohl... Alles offen. Sag mal, wie soll ich denn da drankommen, bitte? Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer da lang? Also, wie die die abballern. Ich muss aber da dran, oder? Ah, jetzt. Halt ich fest. Ähm... Ähm, hä? Warte mal, komm ich hier? Ich komm hier gar nicht runter. Tortschritt in allen Sektoren. Aber wir haben große Verlusten. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Land bei den Kameraden. Aber Lampen ist schon wieder... Ich muss da... Oh, 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 hauaha. Jetzt wird es aber echt geil. Ich muss von hier ganz außen... ...da ran springen. Wäre super. Die Quelle des Rauchs. Da komm ich hin. Und dauerung... Ich muss... ...neuerung. Jetzt... Oh, das... Das... Davor... Oh, ja... Äh, ist das Unurato oder was? Nee. Doch. Oh ja, bitte. Das ist mal eine coole Maske. Okay, wir sollen hier wohl folgen. Wie ist das richtig? Ah, mit der Maske kommen wir durch die Meute oder was? Hm, jetzt sind sie auf einmal alle nett. Habt ihr die Maske vorher schon gehabt? So eine Stimme kriegt man auch nur, äh, von Minimum eine Flasche Hodka oder Whisky am Abend, oder? Meine Fresse. Na dann, wollen wir mal. Jonah, Planänderung. Ich bringe Verstärkung. Was? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, siehst Kontakt zu Kropf. Siehst meinen Jagdseal. Siehst was? Lasst euch nicht ablenken. Schaltet sie aus. Ah, doch. Sie sind überall. Wir brauchen Verstärkung. Jetzt. Äh, ach so, irgendwie rum. Wir brauchen Verstärkung zu euch. Scheiße, Scheiße. Alter, jetzt kommen die mit Panzern da, oder was? Oh, das ist, oh, oh, Röckelwand. Boah, geil. Boah, geil. Die sind ja cool, die Jungs. Alter. Ähm. Ja. Alter, nee. Nicht ja. Jonah, wir haben es geschafft. Der Weg zum Tempel ist frei. Wir brechen auch durch. Wir sind fast da. Wo ist Dominguez? Er ist im Tempel. Wir sind nah dran. Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Ja, mein Freund, damit hast du nicht gerechnet. Das sind meine neuen Freunde. Kannst du abhaken. Wir erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle, als Einheit. Eigensinnig bis zum Ende. Anges! Lauf, Lara! Fuck. Und jetzt? Hier ist Commander Rogue. Alle verbleibenden Einheiten bleiben. Ich bin in der Natur. Ich sitze hier in der Natur. Alle Einheiten. Meine Herren, lasst den Freunden nicht durch. Wir sind ein Aufmerksam. Das Ritual ist fast nach der Kurs. Ich bin in der Natur. Hier spricht Rogue. Nach Abflug des Rituals werdet ihr alle gerettet. Und wer alles tut, wird auch belohnt. Ja, erledigt sie. Das ist dir klar, oder? Ja, er Kardinal. Warte mal. Gut, gehen wir mal aufs härtere Geschütz hier. Geht, 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 geht. Alter, Verwalter. Mach ihn platt. Sehr schön. Drecksack. Alter Schwede. Kann ich hier noch ein bisschen was sammeln? Halt, du sitzt da hoch. Hä, muss ich hier nicht hoch? Wo muss ich denn hoch? Hä? Da muss ich hoch. Honk? Komm ich hier irgendwo hoch? Nee. Hier vielleicht? Nee. Ach da, ich bin so blöd. Ich bin doch einfach hier hoch. Jonah, Rogue ist tot. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Mal ganz kurz hier das Feuer anmachen. Fünf Fähigkeitspunkte. Wir machen mal einen ganz kurzen Action Break. Vielleicht können wir noch irgendwas gebrauchen hier. Wir nehmen das mal. Ja, und das machen wir gerade noch hinterher. L, B und B. Okay. Alles klar. Alles klar. Wir brauchen... Oh, scheiße. Wieso ist denn die jetzt so schreck gehüpft? Boah, ich bin so dämlich. So, gerade hüpfen bitte. Danke. Ich steck schon wieder ins... Wo muss ich denn jetzt hinhüpfen? Oh, Mann. Oh, Mann. Was? Und wir haben das Sagen. Wo ist denn jetzt eigentlich der Dominguez hin, Mann? Wohl im Zug! Alle Einheiten! Wohl im Zug! Oh, toll. Was ist mit der Stellung? Ähm. Es gibt keine Stellung! Alles ist tot! Wir haben noch kein Beispiel verschiebt! Hä? Das ist ein Doppelsprung, oder nicht? Kein Doppelsprung? Ach, nee. Ich weiß. Nein, nicht zur Seite! Wieso hüpfst du zur Seite? Okay, den Tod haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Den brauchen wir nicht nochmal sehen, bitte. Jetzt bin ich von den Gesteinsbrocken getroffen worden. Wollt ihr mich verarschen? So, gerade hüpfen jetzt. Ey, was ist denn das für ein Kack? Jetzt übertreiben sie es aber. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt packen sie hier an Dings, äh, äh, an, an... Klettermöglichkeiten, aber auch echt alles aus. Jetzt muss da echt alles drauf haben. So, jetzt ein Pfeil direkt in die Birne. Lass den Schatten vergehen und das Licht auf eine von uns geschaffene Welt leuchten! Die Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017